FUNKTURM Ja, 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 okay, okay Und damit herzlich willkommen zurück bei Aliens, Conorants, Marines Genau, hier Moin Ich nehme das Ding mit Hast du es genommen, ja? Cool So, wir müssen jetzt durch die Abwasserkanäle irgendwie, ne? Zu den Mädels Wir müssen die Mädels retten Welche Richtung sitzen die? Wir müssen jetzt mal bestimmt hier raus, ne? Das Geschütz kann man auch wieder mitnehmen Ich nehme mal das mit Ja, nehme mal mit Ich hatte doch so gerade den Handgaben, ne? Das Geschütz? Ja Weil eine Smartgang lag ja hier auf dem Tisch Hä? Hm, komisch, egal Äh, so Ich habe die Abwasserkanäle Wir müssen jetzt erstmal Ne, hier ist nichts auf dem Radar Ich will mal kurz gucken, in welche Richtung wir laufen müssen Ja, und da zeige ich jetzt Warte mal, da ist die Smartgang Ach, hier Genau, warte mal hier Die muss man ja mitnehmen Verstanden, Sir Ach gut Okay Gehen sie zu Ah Hm Nice, Tobi nice Was denn? Wie sieht das aus? Was? Wie sieht was aus? Smartgang Ich sehe das doch nicht Ich muss noch hinterher kommen Achso Ja Cool So Ach du scheiße Müssen wir hier durch? Ja Was kann die Smartgang überhaupt? Tja Das ist jetzt die gute Frage Ach hier unten legendäre Waffe Nee, oder? Ist das die legendäre Waffe? Ach nee, das war nur Scheiße Rüstung Ich hatte gerade nur Schrotpatronen Ja Ich habe gerade Rüstung aufgesammelt Echt? Und wie habe ich nichts gekriegt? Äh, weil ich noch nicht voll war Ui Nice Waffe Oh, hier müssen wir runter Uh Wo hier? Ja Komm hier vorne nicht weiter, oder was? Nee So Äh Puh Ist da was? Ist da vorne? Also ich sehe hier nichts Ich auch nicht Gut, dann können wir O'Neill hinterher Ja Links 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 In der Ecke stinks Ja Und hier ist auch nichts Keine Marken drauf, ne? Ja, dann geh mal vor mit deiner Smartgun Weil ich habe das Geschützteil Weil ich brauche wenig, bis ich das aufbaue Oh, hier ist noch ein Medipack Zack Jetzt müssen wir auch wieder voll Energie haben Nee, habe ich nicht Wie? Hast du? Ah Nee, habe ich nicht Ah Oh Gott, oh Gott Die Energie ist voll, aber meine Rüstung ist schwach Achso, ja, das war ja auch nur, äh, hier gerade eben Äh, Healthpack, also Lebenspunkte Oh, oh Geil, die Visier Die Visier automatisch an Das ist ja geil, das Ding, ey Wow Die ist nicht schlecht, die Klappe So, ho Ja, sieht doch spektakulär aus Die Visier, die Visier immer irgendwas an Okay, hinter uns ist nix Okay, hinter uns ist nix So, hinter uns ist nix Oh, aber vor Augen Heftig Nochmal 12% Ich stelle das Ding mal hier vorne irgendwie auf Null Kilo Ich glaube, die klare ist gleich alle Yeah Oh, die Smartkarte ist, oh, alle Wow Wow Uah Gut, dass wir das Geschützteil auch noch mitnehmen, ne? Ja Ja Das war doch ein guter Plan Schießt die eigentlich auf? Ja Ja Alter, 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 alter Alter Ich sehe ihn auch eliminiert Uff Wow Was geht langer die Muni aus hier? Ja Warte mal, ich gehe erstmal auf die Schrotflinte hin Zurück Hahaha Alter Verwalter Hast du das Geschütze noch mit? Ja, ja Ich hab's in der Hand Gut Ich nimm's mit Es kommt Aufruf zu Oh, ich muss nachladen Oh, oh, oh Fuck you Wo ist O'Neill? Da kommt wieder was, glaube ich, oder? Da ist irgendwas O'Neill ist weg Schon wieder? O'Neill ist bestimmt hier rein, wa? Warte mal, da ist sie Ah, verdammt Hilfe Hilfe Wo ist O'Neill denn, sag mal? Ach da Hier, in den Seitengang Ja, dann hole ich mir mal schnell die Geschützknarre, wa? Ich bin tot Ich bin tot Ja Hier in den Seitengang, in den Seitengang Da, wo der O'Neill rauskommt Scheiße Ich bin hier mal nicht gestorben Boah, leck mich am Arsch Wollte doch noch gucken, was hier hinten ist, ey Mistvieh Ich komme da immer wieder raus, ey Immer wieder aus diesem komischen Scheiß da Warte mal Wie war Granate? Ja Das war jetzt aber nicht so schön gewesen, was wir gemacht haben Ne, nicht wirklich, ne? Ne, du, du hast dich total verlaufen gehabt Ja Du bist gerade ausgerannt, statt nach links weg zu gehen Ist noch Oh Oh Oh, oh Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht So, auf, auf Zwei, drei Viel Spaß Viel Spaß Drei Stück Einer ist über dir an der Decke Gut Achtung, jetzt kommen noch zwei auf dich zu Nein, du musst noch irgendwo aufdachen Bäm Scheiße Wie schön Es wird versorgt, Alter Oh, oh Oh, oh Wo denn? Mit dem hier Ich kann leider ließen mich nicht umdrehen bei dir Ich verscheid mich aber auch nicht warum Du bist da ja gerade in der Höhle zu lügen oder was ist da Irgendwie, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Wow Aber es ist auch mal geil, mal das so aus dieser Perspektive zu sehen, weil es ist wie so eine Aufnahme gerade vor meinen Augen. Oh, Alter, sag mal, hakt das? Irgendwie komme ich hier verdammt nicht mehr weg. Ja, du wirst gerade mächtig attackiert. Oh, der ist weg. Was sagt deine Gesundheit? Zwei Balken, aber rot. Oha. Alter. Alter, also wenn hier die legendäre Waffe... Alter. Du warst so fixiert auf die legendäre Waffe, dass wir alle da umgegangen sind. Erinnert mich irgendwie hier ein bisschen an Godzilla. Gojira. Gojira. Scheiße. Oh, dieses Dreckskacke hier. Überraschung. Scheiße, ich hatte einen... Guck mal, der überarmt dich durch die Wand. Rüstung. Wow. Alter. Scheiße. Scheiße. Oh, scheiße, wo? Hilfe, 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 Hilfe. Hä? War das gerade nicht O'Neill? Wo? Das sah aus, als wenn da aber eben gerade ein Typ oder so ein Mann, oder war? Doch, das O'Neill. Achso, O'Neill. Kommt der auf einmal her? Keine Ahnung. Der hat Arschgesicht da. Oh nee. Oh nee. Alles in der Welt sind wieder reingeraten. Ja. Das vergeben wir auch. Irgendwas ganz fieses. War fiesig. Irgendwas ganz fieses. Oh. Helft weg. Ja, ich bin wieder da. Ja, ich bin wieder da. Achso, Kontrollpunkt erreicht. Ja, Gott sei Dank. Und hier liegt noch ein Half-Tech, ne? Half-Tech. Ja, äh, Mediket. Da wurde schon wieder tot. Wo seid ihr hier? Ich werde mich gerade... Ich höre's. Ich lieg's schon wieder auf dem Boden. Steht so. So, warte mal, wo war das? Alter, da, pass auf. Oh, guck da. Wo war das Scheiße? Alter, jetzt lieg ich auf dem Boden. Der hat mich aber gerade mächtig ehemt. Au. Wo ist das hier jetzt? Da hinten kommst du. Alter, schon wieder. Erledigt das. Erledigt das. Boah. Meine Genauerze, ey. Da ist irgendwas gesprungen. Oder? Oder war es so ein Schatten? Ich glaube. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Aber mal richtig hier. Hier, hier hinten sind Health-Packs, ne? Falls du brauchst. Oh, 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 oh. Irgendwas hat mich. Irgendwas hat mich. Irgendwas hat mich. Noch einer. Noch einer? Ich hole mal so ein Health-Pack. War auch so ein. Oh Gott, ich bin voll. Ich bin auch voll. Hier ist auch noch einer. Zur Not. Wow. Alter. Das ist aber richtig heftig hier. Also das Spiel macht seine Ehre, ne? Ja. Irgendwie, ne? Also viele denken hier, das ist ja so ein Scheiß-Game. Aber ich sag mir mal so, ne? Aller Anfang ist zwar schwer und wenn man das weiter reinschaut, in dem Game, ne? Wow, hier schläft einer. Der Raum ist freigräumt. Alter, das musst du dir mal bei mir anschauen. Wo es umhielt. Bischof hat das Kurzwellensignal verstärkt. Verstanden. Wir hören Sie echt schon. Das Signal ist schwach. Wir können Sie verstehen. Verstanden. Wir sehen Sie. Ah, links ist die Kommando. Verstanden. Ich bin gerade auf dem Weg zu irgendwas geheimlich, wieder spezial. Ich glaube, ich bin gerade auf dem Weg zu der Erkennungsmarke. Da ist sie. Ich habe sie. Kommst du zu mir? Ja, ich bin hier. Zack. Hast du einen gesagt? Ja. Ich auch. So, es gibt uns nur noch eine. Da hinten ist die legendäre Waffe. Ja. So. Wo müssen wir jetzt lang? Da vorne müssen wir. Ich glaube, hier haben wir jetzt alles fertig jetzt in diesem Raum. Okay. Hat ja auch lange gedacht. Hoffen wir mal. Nicht, dass wir hier wieder eine böse Überraschung kriegen. Aber schon mal gemerkt, dass ich immer die größte Action alleine habe. Ja, aber man muss ja auch wohl bemerkt haben, wegen deiner Schusseligkeit, ne? Schusseligkeit? Ja, du bist ja total falsch abgebogen. Und von daher standen wir alleine da. Ich gehe immer systematisch vor. Das war kein systematisches System, was du wartest. Das war chaotisch. Da habe ich immer systematisch im Hintergrund. Da, ich habe was auf dem Radar. Achso, nee. Das ist ja dieses Dings da, ne? Ja. Wie kommen wir da jetzt überhaupt hin? Das ist jetzt die große Frage. Ja, da sind wir in die falsche Richtung gelaufen, mein Guter. Hier, hier geht er, glaube ich, dann, oder? Da hinten. Da lang, da lang, hier durch. Hier durch sind wir gleich da, glaube ich. So wird auch schon, sind wir gleich da, aber bei den Mädels. Hier zu! Was? Da ist zu. Da ist weggeschüttet. Ah, ich glaube, hier sind wir durch. Achso, hier liegt noch das Health-Spec, genau. Ach, da ist O'Neill. Alles klar, wir müssen zu O'Neill. Bisschen hinter mir, ne? Ja, ja, also ich bin ja im Prinzip Tür hier gefolgt, weil du ja, bevor ich dich außer Augen verliere, wie du irgendwas anderes nachgejagt bist. Ja, das stimmt nicht. Ich stehe vorhin vor diese Tür hier schon. Das stimmt nicht. Das war das Systematische. Oh, oh. Ich höre schon wieder was. Oh, da hast du gerade geatmet. Ich hab geatmet. Also, okay. Das hat sich nicht gerade angehört. Halt, als wenn man so ein Alien so... Boah, er ist aber auch heute irgendwie... Du verschwindst schon wieder heimlich mit dem Spiel, kann das sein? So, hier ist noch... So hast du hier hinten schon geguckt? Legendäre Waffe! Hast du gefunden? Geil! Yeah! Meine Rundi ist voll. Die kann das denn sein? Ich bin voll. Das ist legendär. Oh, die habe ich jetzt gerade ausgerüstet hier. Automatisch. Ah, das wäre so ein... Ah, die schießt schon mal geiler. Das ist wie so ein... Das ist schon wie so ein... Hat auch einen unendlichen Schuss und ist auch irgendwie wie so eine Schnellfeuermaschinenpistole. Das ist geiler, ne? Cool. Das ist, glaube ich, wie so eine Glock... Äh... 32 oder wie ein 23. Glock 23, glaube ich, ist es dann. Ja. Ich öffne ihn. Komisch. Jetzt hat er gesagt bei mir, ich bin Winter. Winter, ich öffne ihn. Ja, es wird bei uns beiden angezeigt, weil wir beide nämlich interagieren können. Ach so. Ja. So, das ist eigentlich nur noch eine Erkennungsmarke. Und dann haben wir alles wieder... Geschafft. Ich muss mal nicht... Ich weiß, wie diese komische Handballer ist, ey. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nein. Alter, fuck you. Was nu? Schwarz-Weiß? Mission 4. Keine Hoffnung in Wheatleys. Abgeschlossen. Oh, da haben wir eine Erkennungsmarke vergessen. Naja, ist nicht so schlimm. Neulter Weg freigeschaltet. Ja, Wetter. Soll. Cool. Klaas. Blutspritze. Veteranen Schwierigkeiten. Neuer Rekord. Yeah. Bloß nicht beleidigen. Und ist diesmal was aufgefallen? Ich habe diesmal keinen Totenkopf. Ja, Glückwunsch. Yeah. So. Ja, ich würde sagen, wir machen auch an der Stelle eine Aufnahmepause, wa? Ja, natürlich doch. Und ja. Ja, ich würde sagen, wir machen auch ein paar Mal. Ja.